Top-Clubs stehen wohl Schlange, Kimmich wartet offenbar auf ein Signal der Bayern. Der Vertrag von Joshua Kimmichs beim FC Bayern läuft im Sommer 2025 aus, seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister bleibt jedoch ungewiss. Trotz seiner Anwesenheit in der Umkleidekabine und im Klub gab es bisher keine konkreten Gespräche über eine Verlängerung. München, die sportliche Zukunft von Joshua Kimmich bleibt ungewiss. Der DFB-Nationalspieler wartet auf eine klare Aussage der Bayern-Führung zum Stand seiner Vertragsverlängerung. Bislang erfuhr Sky, dass es seitens der Vereinsführung keine Fortschritte gebe. Sky-Korrespondentin Kelly Howe sagte, die Bayern haben ihre Absicht, Kimmichs Vertrag zu verlängern, noch nicht bekannt gegeben. Max Eberle hat Kimmich nicht klargemacht, dass er seinen Vertrag nach der EM verlängern möchte. Aber deshalb wurde Kimmich irgendwie in Ruhe gelassen. Aufgrund der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft können die Parteien frühestens im Juli an einen Verhandlungstisch kommen. Das Unternehmen spielt eine wichtige Rolle. Sollte Kimmich sich entscheiden, den FC Bayern zu verlassen, öffnet sich die Tür zu einer Reihe von Top-Clubs. Als interessante Optionen für ihn gelten nur Top-Clubs wie Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool und Arsenal. Zuletzt soll vor allem Barca's neuer Trainer und ehemaliger FCB-Manager Hansi Flick großes Interesse an Kimmich gezeigt haben. Laut Sky gibt es derzeit keine Verhandlungen mit anderen Vereinen. Auch die jüngsten Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid wurden dementiert, doch trotz der Unsicherheit betrachtet Kimmich die Bayern immer noch als seinen ersten Kontakt und möchte in München bleiben. Trotz enger Bindungen zum FC Bayern könnte der Spieler gezwungen sein, seine Optionen zu überdenken, ohne dass eine klare Zukunft in Sicht ist. Wichtig ist auch, welche Pläne der neue Trainer Vincent Kospany mit Kimmich hat.